Eine Million Macher, Rebellen und Freigeister trinken R-Up. Wieso? Weil es ihr Game Changer fürs Wassertrinken ist. Sie lieben es, Geschmack zu feiern, ohne sich den unnötigen Zucker zu geben. Und wollen nicht mehr zusehen, wie unser Planet mit Einwegplastik übertrinkt. Also haben sie den ersten Schluck genommen, um mit jedem Nippen, Bäm, vollen Geschmack zu erleben. Obwohl es immer nur pures Wasser ist. Bist du auch dabei? Dann lass uns die nächste Millionen knacken. Probier R-Up auf R-Up. .com